16. März 2005 Erzange Michael Die Geister der Bosheit gewinnen in allen Bereichen des Lebens immer mehr an Raum in der Welt, weil die Menschen dem Schlechten, der Verbreitung der Sünde, dem Weg bereiten. 17. Deshalb ist es für all diejenigen, die auf Gott vertrauen und zu ihm gehören wollen, notwendig, dass ihre Bindung zu Gott noch mehr gefestigt wird. 18. Mit der zunehmenden Macht des Bösen bedürft ihr immer mehr eines wirksamen Gegenmittels, einer sicheren Waffe. 19. Dies bietet euch die unbefleckte Jungfrau mit der Liebesflamme an. 20. Durch sie, durch die Liebesflamme, könnt ihr euch und anderen helfen. 21. Er strebt das Heil der Seelen und wirkt mit eifriger Seele, mit den Gnaden, mit der Gottesmutter zusammen. 22. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. 22. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. 22. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. 23. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. 23. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. 24. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. 24. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit.